Da bin ich beim achten Teil, baaan, äh, bon, na, bon, 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 von, von wollte ich es sagen. Da fange ich doch direkt nochmal an. Hm, 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 hm. Ewentwie will das nicht laufen. Lalalalala. Lalalalala. Warum willst du nicht? Du reagierst nicht. Manometer. Einfach willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros 3. Hahaha. Well, los gehts und weiter eben... Ja, nee nochmal, ich bläh. Oh, renn doch, du Schweinepriester! Oh, ich nehme mir schon auf. Scheiße. So. 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 Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Okay, nochmal. Wenn das Spiel verspricht, was das Intro verspricht, was das Intro verspricht, Spiel hält, was das Intro verspricht. Ha, ha, ha. Scheiße. Willkommen beim 10. Teil bei Super Mario Land 3. Super Mario Bros. 3. Das mache ich doch nochmal. Willkommen zu einem weiteren kleinen Halloween. Halloween? Halloween? Nein, nochmal. Ich kann nicht mehr reden. So. Lag auf diesem Stuhl eine Notiz und seitdem komischerweise nur noch sehr selten. Das kommt nicht so oft vor, anscheinend. Oh, du kleines Dreckschwein! Hallo und zurück zu... So, in diesem netten kleinen Gruselspiel im Rahmen meines lustigen Hollywood-Specials noch einmal... Ich sage immer wieder Hollywood! Halloween! 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 Nicht Hollywood! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Musik! 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 Die Stuhl war ein Highschool-Star, der macht seinen Weg, das war jedem klar. Doch das galt leider nur für den Sport und der Wind, denn seine Schulpädagogie interessierten sich nicht. Für Annie war das alles kein Problem, sie war die beste in der Schule und als Schleber verschillt. Zwei Kinder von der Erde aus der Welt, um zur Schule zu gehen auf die Gälder ziehen. Sie reiten durch den Weltraum und endlich reiten, um zur Schule zu gehen in der bärten Welt. Annie ist der Liebling, da noch auf die Gälder zu lernen, hier auf der Gälder ziehen.